Wir sind immer am Arsch von Amerika und ein paar Jahre hinten dran. Guckt euch das an und fragt euch, ob ihr das wollt. Menstruation ist nicht exklusiv nur für Frauen. Menstruation ist nicht exklusiv, aber ich brauche sie nicht, um zu überleben. Du brauchst tatsächlich nicht. Mhm. Matrix ist überall. Die, die du kennengelernt hast, um zu denken. Das Bildungssystem. Es hat alles für einen Grund gezeichnet. All die wollen, ist, dass du ein Schlag bist. Matrix existiert, um dich von der Wahrheit zu verhindern. Was in der Wahrheit? Sie haben deine Träume verloren. 6, 8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hassen uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib hier bis zum Tod. Und das Weed, was ich paff, macht mich wieder zu Stunter. Yes, meine lieben Freunde, was geht ab, YouTube? Wir machen heute mal wieder Reels-Reactions hier auf Twitch. Und zwar werde ich mir ein paar Reels-Videos reinziehen, die ich persönlich gespeichert habe. Ich musste gerade lachen, weil ich einen schon gesehen habe. Da sind ein paar witzige Sachen dabei, ein paar Realtalk-Sachen dabei. Ein breites Spektrum. Und ich wollte nur mal ganz kurz erwähnen an der Stelle, dass ich schon wichtig finde, dass man die Sprache Englisch kann. Weil ich einige Kommentare gesehen habe, die gesagt haben, Bro, Englisch und so. Erster Hinweis ist, lernt die Sprache Englisch, weil auf Englisch gibt es noch mal viel heftigeren Content als auf Deutsch. Gerade auch, was das Thema Aufklärung angeht. Und Dinge, die bei uns nicht angesprochen werden einfach, weil es hier nicht viele Leute gibt, die sich trauen, solche Dinge anzusprechen. Da gibt es in den Staaten viel, 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 viel mehr. Deswegen lernt am besten Englisch. Das würde ich euch wirklich ans Herz legen. Und wer kein Englisch kann, YouTube macht mittlerweile automatische Übersetzung. Da könnt ihr einfach unten auf das Zahnrädchen klicken und dann Übersetzung Deutsch eingeben. Und dann wird alles quasi unten nochmal untertiteltechnisch übersetzt. Ich küsse eure Zirbeldrüse und jetzt gehen wir rein ins Video, in die Reels-Videos rein. Bisschen auf entspannt. Gucken, was hier abgeht, was ich hier gespeichert habe. Teilweise schon selber vergessen. Wir machen heute nicht zu lang, also wir ziehen uns nicht zu viel rein, dass es auch nicht zu viel wird. Ich würde mal sagen so, weiß nicht, so sechs, sieben Videos vielleicht. So in dem Dreh. Und los. Ja, klar, Digga. Wahlen werden, glaube ich, seitdem es Wahlen gibt, schon beeinflusst. Da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber ich glaube, es ist wirklich so. In Europa, 48, 47, 49, wurde die Wahl beeinflusst? Okay. Guck mal, die lachen sich einfach tot, Digga, die Amis. Die sagen scheiß drauf. Da ist ein CIA-Agent, ne? Die pissen sich weg über Europa und über diese ganzen Sachen. Für viele Leute ist es auch so, ach, Europa, Deutschland, Italien. Für die Amis ist es so, die sind eh von oben. Die scheißen eh auf uns. Sag ich dir so, wie es ist. Wir sind nur ein Mittel zum Zweck für die. Gerade wir auch als Deutschland. Die haben null Interesse daran, wie es uns in Deutschland geht. Die Amis sind echt sehr abgehoben. Das muss man schon so sagen, wie es ist. Also, die, ey, auch so, die sind so ignorant. Das ist crazy. Das ist schon fast wieder cool. Auf eine Art und Weise. Ich höre es dir. Guckt euch das an, Freunde. Hört euch das an. Guck mal, über was die in Amerika schon diskutieren. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es bei uns auch so weit geht. Wir sind immer am Arsch von Amerika und ein paar Jahre hinten dran. Guckt euch das an und fragt euch, ob ihr das wollt. Menstruation ist nicht exklusiv nur für Frauen. Auch Transfrauen menstruieren. Männer, die sich ihren Schwanz abschneiden. Menstruieren, Digi. Wir brauchen Tampons in den Toiletten auch von Männern. Ey, das ist doch einfach nur ein Film, Digga. Es kann doch nur ein Film sein. Ey, ich bitte darum, lass es am Ende doch die Truman Show sein, was ich hier gerade lebe. So. Ich will einfach irgendwann einen Scheinwerfer runterfallen sehen und dann, weißt du, sagen, okay. Dachte ich mir schon fast. So, explain to me as to why my body menstruated at some point. If your chromosomes are XX and you're young, you menstruate. If you're XY... Ah, es lohnt, Digga, sorry. I, we don't. Correct, but what about trans men and non-bi... We're excluding a whole group of men and menstruate. They're women dressed as men. You're not a man. You pretend to be a man. That's okay. That's perfectly fine. Live your life. Tell me what a man is. Well, what's a man to you? You define a man for me. You have chromosomes that have X and Y. That's what a man is. So why are we just looking at the, 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 the science of this as an example? The science. Nein, das haben wir nicht gelernt. Das wollen die uns aufdrücken, damit die uns verwehren können und damit die uns sagen können, dass Biologie nix mit Identität zu tun hat. Aber das stimmt nicht. Deine fucking Gender ist das, was du biologisch bist. Fertig aus. They are completely different. Completely different words? In sex is what you're born with. The sexual reproductive organs you have. Gender is what you identify. Well, I don't accept that distinction. You have to argue for it. You're just giving a conclusion. You're just making it up. So, Digga. Eieieieieiei. Das passiert gerade wirklich, mein lieben Freunde. Es ist kein Spaß. Kein Joke. Why do you want to eat these? When you kill it, it's dead. There's no life in it. There's no nutrients that's gonna talk to your DNA to help your DNA bring out the best in you. But guess what? Aber wenn man so etwas wie diese, die mit Säden in es hat, man hat diese, sogar die Säden, diese Säden hat Protein in es. Und es hat H3O2, die wie die Säden, die dein Körper vinalisiert, schneller als alles. Die Hüner mit der Grotte geil. Man kann es von dieser. EAT THEEEES! NOT THEEEES! Facts. All vegan for life, bruh. Das ist geil, das ist so geil. Feier ich. Boys have a penis, girls have a vagina. Guck wie ihr tanzt, Digga. Boys have a penis, girls have a vagina. So pisst du die Leute ab, ey, so fuckst du die Leute heutzutage ab, ne, wenn du einfach sagst, was Wahrheit, also, wenn du einfach sagst, wie es ist. Bester Mann. Bester Mann. Ey, scheiße. Ey, das ist krass, das hab ich so gesehen, ne, dachte ich mir so, muss ich speichern, muss ich mich mal mit auseinandersetzen. Crazy Soursop, noch nie gehört. Krass. Stell dir mal vor, das ist ehrlich so. Noch nie gehört. Ich traue den Pharmaindustrien und den Regierungen mittlerweile alles zu. Und auch eine Heilungerhörbe, das ist in Honduras, ist Batana Oil. Das Oil... Batana Oil. ...hidden für viele Jahre, weil es der Instantanez Reaktion mit der Haare growth hat. Es macht ihr Haare growt insanely schnell, und war hidden, weil all der Plastik-Surgerie und Pharmaceuticals würde aus der Ebene schnellstehung. Die einzige Storhe, die echt reale Batana ist in meinem Biow. Hopefully, es wird nicht verabschiedet und verabschiedet wie es usual. Oh, Dr. Zebi, mein Bruder. Let's go now, before it's banned again forever. Ey, ich übernehme kein Gewehr für irgendwelche Informationen, die hier verbreitet werden. Ich finde die Dinger einfach interessant. Man zieht sich die rein. Guckt euch die an. Vertraut mir nicht. Vertraut dem Gesagten nicht. Macht selber Research und entscheidet für euer Leben selber, okay? Ich küsse euer Herz. So, let me just get this straight. In the last few years, a biological male has been named woman of the year on several magazine covers. A biological male is referenced as a top ranking female in our White House. Digga, das ist, das ist, das ist, das die, die Mädels müssen langsam auch mal aufwachen und verstehen, dass die hier gerade diese Männer, die sich als Mädels verkleiden, versuchen euch alles wegzunehmen. So. Logical male was named the NCAA woman. Guckt euch das an, Digga. What the fuck? Wie kann man das überhaupt zulassen? Das ist so frauenverachtend, meiner Meinung nach. Das ist wirklich frauenverachtend so. Das ist frauenverachtend. Da gibt's Mädels, die haben sich ihr ganzes Leben lang ihren Arsch aufgerissen, um irgendwie erfolgreich zu werden im Schwimmen zum Beispiel. Und dann kommt ein Typ, der braucht nur eine Woche trainieren, Digga. Zieht sich an wie eine Frau, identifiziert sich als Frau und nimmt dir deine, deine, deine Medaillen alle weg, so. Also wenn, da, da, das ist nicht okay. Swimmer of the year, a biological male is making tens of thousands of dollars being the face of womanhood for Nike, for Tampax, for Bud Light, for Kate Spade and countless other companies. A biological male took home the award for best actress at the Golden Globes. Hahahaha Really still trying to make the case that feminism supports women when the feminists are completely silent and or cheering on? Biological men taking over the space of women? Somebody spell this out for me. Real talk. I love men. Like, I think men are the coolest, but dude, like, I don't need them to survive. You do actually need to survive. Mhm. And here's why. Everything that you see around you was built and created and maintained by men. Everything. The infrastructure in this country, in every single country in the world, is built, created, and maintained by good, honest, hardworking men that just want to provide for their family. Everything, the roads you drive on, the buildings. Haha, wie die Mädels gucken, Digga! I love men. Like, I think men are the coolest, but dude, like, I don't need them to survive. I don't need them to survive. Was ist, wenn dich irgendein anderer Mann angreift auf der Straße? Was wünschst du dir denn? Dass irgendein anderer Mann dann für dich einsteht? Oder ein Polizist, der ein maskuliner Mann ist, der dann für dich kämpft und der dich beschützt, so. What the fuck, bro? Mädels sind teilweise so, also, gerade in den Staaten, die sind so, die leben in so einer heftigen Illusion, und dass die gar nicht verstehen, was Realität ist, Digga. So. Uns geht's zu gut. Ey, Bro, wenn ein Krieg um die Ecke kommt, wenn irgendwas Heftiges passiert, wenn unsere, keine Ahnung, Alter, das System bricht zusammen, es gibt kein Geld, kein Strom, nix mehr, dann werden die alten Geschlechterrollen wieder ganz schnell nach oben kommen, so. Und dann wird's solche Mädels nicht mehr geben. Die werden alle ruhig sein in dem Moment und sagen, ich wünsche mir nur einen maskulinen Mann an meiner Seite, der mich und meine Kinder beschützt, fertig aus, so. Und daran merkst du, uns geht's zu gut. Wir, wir complainen über Sachen, wir reden über Sachen, die reden über Sachen, Digga, das ist einfach, Bro, ist nicht okay. Und das ist auch gewollt, glaube ich. Other signs that you wear on your lapel, please explain. This is a sign that conveys the message of what it means to be a Jew. As it says a Jew, not a Zionist, pray for the speedy, peaceful and dismantlement of the state of Israel. People, unfortunately, around the world, see somebody as I am dressed, and they think that automatically I am definitely a strong supporter of the state of Israel and of the occupation of the people of Palestine. There can be nothing further from the truth, because it's contradictory. Judaism is subservience to the Almighty, practiced for thousands of years a covenant with God. Das fand ich voll interessant hier. Zionism is a new movement, a relatively new movement, a transformation from the religion into a base materialistic, nationalistic movement to have a piece of land, which is forbidden for the Jews. Okay, what you're saying is that the existence of Israel is somehow against your religion. Jewish religion forbids since the destruction of the temple. Two thousand years ago, we were given an edict, a decree by God, prophecy of King Solomon, that we ought not to attempt to recreate our sovereignty. Even one inch of Jewish sovereignty, even in an uninhabited land, is expressly forbidden. Jews wait for the day when God will make a miracle, where all humanity will serve Him in harmony. Prior to that event, we are expressly forbidden to try to attempt to make any Jewish nationalism sovereignty, and this was respected and upheld by Jews throughout the trials and tribulations of the Inquisition, the Crusades, and every time period of Judaism, where they were easily capable of buying land. They never did it because they understood this is against the will of the Almighty. That's one. Krass interessante Geschichte auf jeden Fall. Free Palestine an der Stelle. Was da passiert, ist einfach unmenschlich. Darauf muss aufmerksam gemacht werden. Deswegen tue ich das auch. Und ich fand es interessant, was ein wirklicher Jude dazu zu sagen hat. Habe ich immer einfach gespeichert und hier mit eingebaut. Ich küsse eure Seele. Gucken wir noch mal. Was war das? Das war witzig, glaube ich. 11. You have 11 kids. I am every time walking, no stopping. Tschüss, Digga, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich war high, wo ich das gespeichert habe. Ich will 20. So. Maturing is realizing you don't want to be around drama, stress or conflict anymore. You start choosing calm over chaos and distance over disrespect. You start prioritizing your peace, mental health and happiness over everything. Facts. I am every time walking, no stopping. You don't want to be around drama, stress or conflict anymore. You start choosing calm over chaos and distance over disrespect. You start... Distance over disrespect, bro. You start separating yourself from other people, bro. ...prioritizing your peace, mental health and happiness over everything. Facts. Einer noch, oder was? Komm, einer noch. Go up. Go to school. Go to college. Get a job. Work for 40 years and die. Matrix is everywhere. The way you've been taught to think. The educational system. It's been all designed to one purpose. All they want is you to be slave. Matrix exists to blind you from the truth. What truth? They have stolen your dreams. Your life doesn't have to look like that. Your only option is to listen to the brothers. Go to school. Escape the matrix, my dear friends. Ich kiss doch eure Zirbeldrüse, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Yes, Alter. Ich glaube es war gut, oder? Was haben wir hier noch? Ne, passt für heute. Passt für heute, meine lieben Freunde. YouTube, ich küsse eure Seele. Eure Gedanken zu den einzelnen Reels bitte unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Dabei war alles, weil dabei war alles, weil wir waren ja schon dabei. Peace out.